Ja, Daniel Aigemann über weite Strecken ein deutlich besserer Auftritt als bei den letzten zwei Klatschen, die wir auswärts kassiert haben. Und trotzdem kann man sich aus dem jetzt wieder nichts kaufen. Nein, schlussendlich nicht. Ich glaube, trotzdem können wir gute Sachen mitnehmen von heute. Wir haben über weite Strecken gut gespielt, wir haben unser System ein wenig angepasst. Und ich glaube, das müssen wir für den Sonntag mitnehmen und das ist eigentlich das Einzige, was heute zählt. Wenn Sie uns ein wenig mitnehmen, das System angepasst, was bedeutet das genau? Ja, wir haben schlussendlich nicht mehr so passiv gespielt. Ich glaube, wir sind zu viel hineingestanden und haben trotzdem immer versucht, in Konter zu gehen, mit drei Mann. Und sind dann halt wirklich wieder gegen uns kontert gelaufen. Und so haben wir viele Breakaway gegen uns und viel zu viele offensiv Aktionen für Sie gegeben. Und ich glaube, bis heute hatten wir einen guten dritten Mann oben. Und haben geschaut, dass wir sicher mal zuerst schienendefensiv genug Spieler haben, dass wir sie so lange wie möglich vom Goalschiessen abheben können, dass wir im Spiel bleiben. Und jetzt kommt es vielleicht gerade gelegen, dass man am Sonntag die Chance hat, sich zu revanchieren. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben heute gesehen in den ersten zwei Dritteln, dass wir auf diesem Niveau spielen können und dass wir mit denen, die einen guten Lauf haben, wirklich mitheben können, dass wir da sind. Und ich glaube, am Sonntag sieht es wieder anders aus. Und ich denke mir auch der beste, dann. Vielen Dank.